Rolling Stones können besten Albumstart des Jahres feiern Zum ersten Mal nach vielen Jahren veröffentlichen sie ein neues Album und landen innerhalb von kurzer Zeit auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Die Rolling Stones sind damit nicht nur der höchste Neueinsteiger der Woche, der britischen Kultband ist mit dem Album auch der bisher beste Start des Jahres geglückt. Kein anderer Act hat 2023 an den Kassen bisher für so viel Wirbel gesorgt wie die Rolling Stones. Mit ihrer neuen Platte Hackney Diamonds, vor einer Woche erschienen, dürfen sich Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood über den aktuell besten Albumstart des Jahres freuen. Dies gab das Marktforschungsunternehmen GFK Entertainment Preis. Zuletzt hatte die Band im Jahr 2005 mit dem Album A Bigger Bang eine vollständige Platte mit neuen Songs veröffentlicht. Hackney Diamonds ist zudem die erste Platte der Band nach dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts. Mit der Neuerscheinung beweisen die Rolling Stones, dass man auch im Alter noch kräftig rocken kann. Laut einer Pressemitteilung ist es zudem der beste Albumstart seit der Veröffentlichung von Rammsteins Zeit im vergangenen Jahr und der beste Start eines internationalen Akts seit Voyage von ABBA im November 2021. Zudem sei Hackney Diamonds nun die elfte Nummer 1 Platte der Stones. Drei weitere Neueinsteiger ganz oben mit dabei. Unter den Top 5 können sich drei weitere Neueinsteiger platzieren. Nur einen Steinwurf entfernt von den Rolling Stones schnappen sich Blink 182 mit ihrer neuen Platte One More Time. Die 2, während Mark Forster mit Supervision ebenfalls aus dem Stand Bronze holt und damit Sanciano, Doggerland, auf die 4 verdrängt. Within Temptation vervollständigen die Riege mit Bleed Out auf der 5. Bis zum nächsten Mal. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020